Übelste Maschine. Alter, jetzt bin ich geflüchtet. Oh, ne, ne? Ich hab gerade 3 Pokenbälle verborgen. Oh, scheiße. Weil ich hab kein Geld, weil ich ihnen keine Trainer kerten kann. Weil die mich alle zerbunden. Er muss erst trainieren, dann Trainer legen, dann fangen. Oh, meine Industrie ist useless. Ich kann nicht mal den Gary legen. Stimmt, der ist auch noch da. Obwohl ich den mal herausfordere. Ich möchte sterben. Ich möchte einen Tanzer fangen. Oh, dann hab ich 2 Käferpokes im Team. Der ist auch schwierig. Oh, Gott. Ich glaube, ich schaffe es nur, wenn ich andauernd wieder gegen Rocco antrete. Oder Robert Flach, wie er hier heißt. Robert Flach. Ja, aber die Pokse darunter leveln 9 und im Vertaniawald, da kann sie nicht so gut leveln. Und mir fehlt neben Blubber ne gute Attacke für meine Leuchte. Mir fehlt auch, dass ich Smog habe gerade. Damit könnte ich versuchen, Gary zu contesten. Da müsstest du dich aber gegenheilen. Weil Smog nicht so viel Schaden macht. Und du müsstest auch das Glück haben, dass du da direkt vergiftest. Ich speichere erstmal, weil ich habe noch keinen Speicher. Oh, das ist eine gute Idee. Warte, mach ich auch. Jetzt schnell. Okay, da ist die Spielstadt 1 gespeichert. So, wir haben gespeichert genug. Und sind dann noch am Arzakopf 200 wieder. Geil. Also scheiß Encounter-Rate, wenn mein Lampi oben ist, erhöhte Pokémon vorkommen. So, Gary. Ich hab gehört, du willst verfüllt werden. Gebe es mir. Sag mich! Okay. Igitt. Bob könnte auch ruhig Flächenschaden machen. Hm. Bäm, ei. Yo, eine Koppen ist immerhin. Tim, das ist fast tot. Was hat er denn bei dir? Kindwurm. Ach ja, Kindwurm. Stimmt, hast recht. Wie gesagt. Ja, hab ich vergessen. Sorry. Bob auch noch daneben gegangen. Leider, jetzt hab ich mit Milch gekleckert. Und Dosta ist paralysiert. Es greift eventuell nicht an. Heißt bei mir, es wird nie wieder angreifen. Auch wenn es heilt, es wird nie wieder. Es wird nicht wieder angreifen. Jetzt traumatisiert Quirceleben. Ja. Ja, das kann ich knicken, Alter. Der zerreißt nicht, der Junge. Ich verliere den Kampf, ich lade den Safe Point. Aber du kommst eigentlich durch den kompletten Vertania-Wald durch ohne einen Kampf. Du musst nur den letzten machen. Und der hat eigentlich... Der hat nur einen Radfratzviertel 1. Da kommst du so durch. Du kannst so nach Mamoria City gehen. Auch über die Erfahrung, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber dann hast du vielleicht in Mamoria City wenigstens mal einen Speicherpunkt. Bist du noch der? Ich versuch's nochmal. Ähm. Ich bin nicht gegangen. Nein, nein. Jetzt bin ich in den Trainer reingeladen. Aaaaaah. Was sagt denn der anzusetzen mit einer lustigen Nase? Deshalb ohne ich dich jetzt mit meinem Super-Nasen-Mon. Äh, Pokémon. Willst du kämpfen? Okay, zeig mir wie gut du bist. Ah, ich liebe, dass wir die Texte ändern. Die haben sogar andere Texte. Ja, die erinnert am andere Texte. Aber zu faul bei den Startern, äh, die richtigen Namen hinzuschreiben. Das denn? Oh Mann ey, der... 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 Der kann was lernen, ey. Der kann was lernen. LOL, der hat hier nen Dodo. Das Dodo kann einfach mal schon Borschnabel und Steinhagel. Steinhagel müsste ich nicht, aber Borschnabel ist richtig. Borschnabel ist klar, ja. Aber das wird ewig dauern. Scheiße, Rocco, ey. Der fängt mit Ness an. Ich wollte das nicht sehen. Du wolltest dich drücken. Das gibt's nicht. Let's Play langweilig ist. Nee, Breaker ist das. Breaker hier. Sagt er gerade. Ich heiße Breaker. Warum geht die Attacke da nicht? Warte, du bist so ein Fickding, ne? Das geht schon wieder los. Dieses Let's Play zieht wieder die ganze Sache los. Scheiße, ich wollte es gerade sagen. Ich sag's schon wieder. Werd schon wieder ausfallen. Ach ja, keine Böse, Bräter. Wow, 12 Erfahrungen. GDG, du bist echt der geilste Boss auf dem Schiff. Nein, warum steht er denn? Ouh, komm ey, ohne Quatsch! Ich versuch das jetzt nur mit Knarramurks und Nasgenet durch... äh, und... Lampi? Äh, ne, Skarabon durchzumachen. Lampi Useless? Lampi Useless, der wird durch zwei Erdbeben so gelegt und kriegt mit einem... ...ein, ähm... ...ein Blubber macht er viel zu wenig Schaden. Äh, was hat eigentlich der Junge vor, Rocco? Äh, ein Ding da, 22. Ah, ich geh lieber doch noch nicht rein! Das kann man erwähnen. Lol, Regen-Regentanz? Ich glaub ich, äh, ich... Ich glaub ich möchte doch nicht. Nee, danke, lass mal. Das passt schon. Was gibt's denn hier? Oh, nice, nice, Kramurks. Dreimal Silberblick. So, jetzt muss es doch vielleicht mal mit Kramurks reichen. Wann entwickelt sich, äh, Teddy Ursa eigentlich? 24? 22? Oh, schwer zu sagen. Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Alter, nice, Tangela! Mhm. Seit unserer Worst Team of All Time Challenge bin ich ja ein Fan davon. Mhm, Tangela ist auch gut. Boah, Alter, sogar Eis schreibt sie doch... Ja. Okay, ich habe vier seiner Pokes gelegt. LOL! Das kann ich nicht besiegen. Was denn? Octillery. Mhhh. Eis, Wasser, wenn ich mich recht entsinne. Nur Wasser. Das macht die ganze Zeit Gedanken gut. Das ist, äh... Ja, das Ding hat einen Hyperstrahl. Geilo. Jetzt hat er es geheilt! Du bist so ne Bitch, ne? Du bist ne Bitch. Ja, verloren. Keine Schnitte. Keine Schnitte. Alter, ey. Alter, kämpfen bis zu Level 100 bist du. Alter, mein Kramurks ist 25. Ich komme dagegen nicht an. Das geht nicht. Ich kann doch nirgendwo mehr trainieren, ey. Ich verstehe auch nicht, warum die den unbedingt 6 Pokes geben müssen. Ja, das ist kein Problem. Aber warum muss Rocco gleich schon, äh... Warum hat das die Attacken vor allen Dingen, ne? Weißt du, Traumato... Hubert Flach! Traumato mit Stärke und Hasse nicht gesehen. Nassgenetzen mit Blitzkanone und Erdbeben. Octillery Hyperstrahl, Octazuka. Achja, ich lege übrigens Veto gegen Octillery rein. Dann ist keine Nase, dann ist ein Sauchmund. Ja, das wird alles. Das stimmt. P-Bong Report. Oh, Lampi macht doch mal was Sinnvolles. Lampi! 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 Ich spiele aus. Das ist echt... Cranky Crank. Lampi! Ich kann die... Lampi! Ich kann die... Oh, das hat sich nicht gelohnt, so einen Blutzuck zu knallen, ey! Ne, du musst eigentlich in der Tandava gehen und auf Xerox und Pinzir. Ja, das kann Leuchte aber nicht töten. Das ist natürlich scheiße! Ja, das Problem ist, dass ich dann zu Kramurx switchen muss, wenn solche Viecher auftauchen. Ein wildes Bibor, nice! Boah, das war alter wenig mit Horrorattacke. Aber... Jetzt macht der Wichser Ausdauer. Ich könnte ihn treten. Einen Xerox kriege ich auch mit Kramurx nicht so schnell dauern. Der scheiß Zweitisch. Und beim Konzuster mache ich mittlerweile mit Lupen-One-Shot. Ja, du hast ja vierfach Schwäche, ne? Oder er hat vierfach Schwäche. Wann hat, äh... Wann entwickelt sich Konzuster nochmal? Ich... Pokémon Randomizer hatte ich noch eins und ich weiß es nicht mehr. Ja, ich gucke pro Leben nach. 24, oder? Ja, irgendwie 26, 27 oder sowas. Irgendwie um den Dreh. Aber... Du hattest mir ein sehr frühes Level gesagt. Und ich hatte gesagt, das ist Quatsch, das ist später und dann war es doch so in der Level. 24 meine ich. Nein, das ist relativ früh. Ja, deswegen. Da hattest du nämlich letztes Mal auch gesagt. Da hattest du mir doch doch. 24. Teddy Ursa? Ne, 24 ist, äh, Hundursa. Ja, und Teddy Ursa, wann, wann der? Achso. Achso, achso. Teddy Ursa. Muss nebenbei auch mal laufen. Ich meine nämlich auch... Level 30. Ich meine auch nämlich, weil es mir sich frügt. Level 30? Ach, shit. Aber Teddy Ursa lernt gute Attacken. Wir können mal gucken. Dritte Gen. Ah, wobei, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Teddy Ursa lernt höchstens noch auf 13 Kratzfuri. Dann kommen noch Trugträne und Finte dazu. Und auf 37 würde er erst Stützer lernen. Das ist spät. Ja, mit TMs zu hochpushen. Dafür kann Ursa ring dann später Schlitzer und Fuchter und alles so was, ne? Ah, sicher lohnt. Die wissen wahrscheinlich eh sehr schnell vorankommen. Also was heißt... Schnell ist so ne Sache. Ja. Ich werde meinen Hundlusser jetzt erst noch zu nem Hundemode weiterentwickeln. Problem ist, ich will mir so gerne Pinsir, Shirobs und den ganzen anderen Scheiß fangen, dann kann ich mit meiner Pokébälle knicken. Ja. Ich fange mir da einfach raus und dann habe ich keine mehr. Dann kann ich gar nichts mehr fangen. Und auch kein Geld habe. Oh, Leuchte versucht Aqua Knarre zu leeren. Na jetzt kriegen wir doch mal was schönes. Stampi oder was? Ja, endlich mal was besseres als Blubber. Ja, ich muss jetzt versuchen meine Pokébälle wenigstens Leuchte und Scaraborn auf Level 20 zu kriegen. Dann sollte es vielleicht besser klappen. Nein, wir gehen gegen die Potron. Dauert ewig und zehn Jahre und bringt fast keine EP. Und Ursa lernt vor seiner Entwicklung auch nichts mehr, was dir hilft. Ja, aber er ist schon Level 21. Ja, dann lernt er gar nichts mehr. Ja, dann lernt er gar nichts mehr. Ja, dann lernt er mit Safcons und Chiroxes und Pinsiris. Und... Wie heißen sie? Skada Burns? Danke! Danke! Oder? Ich kann gleich... Deine Blackkefa. Absolut, Black Order. WTF? Das kann passieren. Chirox, Chirox! Super Smash Bros. Mini war Schirox auch extrem heiß. Da gab's Chirox? Ja, nicht als Figur zu spielen, aber du konntest ja während des Kampfes der Pokébälle aufsammeln. Ach so. Und Chirox ist ja einfach so stumpf über die Map geflogen und zickzack. Und hier, der einfach geklatscht wurde, wurde einfach weggeklatscht. Loll. Dafür hat Erdbeer übrigens gemacht. Wie sag ich mal so. Das hat sich einfach irgendwo hingeschildert und hat gewackelt und die Erdbeer drunter ist immer... ...büffelt worden. Das Beste war, wenn du Goldini hattest. Platschhaft. Why not? Leuchte, du wirst doch jetzt nicht sterben, oder? Dankeschön. Ich glaube, dass es sogar damals im Brawl, oder im neuesten Zwerchbrug, war... ...wie war dieses Gott-Pokémon Arceus? Arceus. Arceus, genau. Der hat einfach alles zerstört. Der kam auf und dann... Brrrrm! Er ist auch einfach sowas von übertrieben, ey. Oh, Hyper-Lag! Was ist denn los? Ja, Hyper-Lag! Ja, Hyper-Lag! Ja, Hyper-Lag! Ja, Hyper-Lag! Geht gar nichts mehr, hier geht gar nichts mehr, weiß ich nicht. Hier geht gar nichts mehr. Ich liebe Legs! Alter, auf 100%! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Ich verstehe Dach! Wie läuft der? Ich verstehe Dach nicht! Bei mir läuft der Einwand sehr flüssig. Das Interesse, das wundert mich. Bei mir spielt er das gar nicht ab. Ah, haha. Ich bin echt so am rumrennen und gucken, wo am klatschen. Ich befürchte sehr stark, dass dieses Netzfilm wieder sehr viel Off-Screen-Training beinhalten wird. Ja. Besonders hier gleich, wenn wir hier in der Autopose machen. Herr Rios, ich habe die Detlehr nicht eingehalten. Sie sollten bis Motocrit 50 sein. Ich habe es aber nur bis 48 geschafft! Wir sind gekündigt! Oh Mann! Hahaha. Ja, richtig so. Noch eingeben, Leute. Den YouTube der Geldverdienung ist Kündigungsgrund vom Zwerg-Level-Vorgabe. Ich habe eine sehr angekündigene Zeit. So sieht es aus. Alter. Noch ein Level! Es kann nicht sein, ich krieg den immer noch nicht down. Obwohl es ging. Toll. Was soll ich denn sagen? Ich habe nur ein Hundeboot-Level 23, äh, Hundooster-Level 23. Und einen, äh, Urshaven-Level 12. Ich kann ja nicht mal meine Revalen legen, weil ich nichts Effektives gegen ihn habe! Auch das könnte ich mal probieren. Kramurx sollte gut sein und wegen Onyx habe ich auch was. Ah, Knopfhänser. Wieso kämpfe ich eigentlich schon wieder...